hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf der baustelle die baumeister sind unterwegs die fluffigen 3 die schimpf und schenzi jack am fleischhammer wo dann wo dann wo dann zu mittag hi das heißt der typ der angesagt hat seid nicht böse redet immer so bald auch das ein ende er tag 42 kommt hart auf uns zu das heißt die zombies auch ich bin schon wieder voll ich muss nach hause wieder voll ich nehme wieder seven days to die of weil schon mal sagen ja kannst du mich nach hause tragen wenn er sie da gesund die freude schöner götterfunken hier ist schon wieder nichts drin unten der mixer ist voll dann kannst du ansatz ich mache jetzt keinen keinen ausgang mehr ich baue das jetzt nur noch nach oben jacky nee ein doch cool wenn wir hier und da mal noch ein ausgang haben ich habe gerade 800 bettung verdengelt und dägel 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 ich habe hier noch 200 so wie sie jetzt eigentlich aus ist alles ein bisschen kahl aber so ist er halt über frames nicht weitergemacht hier das ist ein rockenbau schweinig oder und ja so ich muss erste bei die temperatur mein zimmer steigt gerade so uns unermesslich ins unzählige trinken sollte jungen auch mal was hier noch eisenleitern ja ja wollte ich gerade holen da ist mir das essen dazwischen gekommen das freie könnte ich mal ausmachen hier kocht ja eh nix mehr hier kocht schon keiner was ich nehme jetzt mal ein clay raus und schmelz hier mal eisen ein das geht ja so nicht rebar frames habe ich was soll ich noch machen leitern ja das war doch mal ein schöner schöner so 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 letter kaputt oder war einer mit dem mal drei hoch bis hier und 1000 man durch die noch steine geben oder im mixer machen ich habe ich drüben mit mixer gemacht hast du dir angesetzt Mit der flachen Hand. Weißt du mal? Hast du den Mixer eingesetzt? Ja. Wer fliegt denn da oben? Mit der flachen Hand. Mir gehts gut. Ja. Nix passiert. Und wenn ich dich aber herrsche. Er ist übrigens durch hier mit dem Badon, dass er noch hundertmal rauskommen. Gebrannt. Markt. Hier, ich hab noch Crushed Sand. Das war noch das Problem. Komm wieder zu. Komme. Abgeschlossen. Tut mir leid. Oh nein, ich hab eins zu wenig gemacht. Ich Idiot. Ne, ist doch noch einer. Platz. Platzprobleme. Ich hab schon wieder viel zu viel Sand auf einmal, die ich hier vorhabe. Hast du noch? Bringst du Sand mit? Ja, ja. Ich hab Sand noch und so. Nice. Entspannung. Ruckel, ruckel, ruckel. 20 FPS hier auf dem Dach. Was ist denn hier los? Dann wird jetzt was kommen wahrscheinlich. Nein. Minus zwei Grad. Wieso ist denn hier so eisekalt hier oben? Minus drei Grad. Hä? Je höher, ne, umso kälter. Ich bin hier oben auf dem Dach und hab minus vier Grad. Wird immer kälter. Geht dir was an, Junge? Hast du nichts an? Ja, ne, ehrlich, jetzt mal. Ne, ich hab nix an. Ne, ich hab nix an. Ne, nur nackt auf. Also. Wo ist mein Mantel hin? Hab ich doch von denen ausgezogen. Hab ich ihn gescrapt oder was? Ich glaub ich hab nen Mantel gescrapt von denen. Jetzt sind's noch minus zwei Grad, alles gut. Ich glaub in der Gemeinschaftspurte sind noch Wintersacken. Macht mich auch irgendwie fertig hier. Also ich glaub die Höhe ist jetzt ausreichend hier oben, oder? Wir machen jetzt hier noch einen schönen Dachgarten drauf. Wir wollten ja eigentlich höher gehen. Aber mit dem Dachgarten finde ich jetzt gerade mal... Oh Gott. Einen Dachgarten nicht. Wieso nicht? Einen Dachgarten? Ja, Alter, lass uns mal einen Dachgarten machen. Pingschuigarten? Ja man, so ein richtiges Juppi-Haus mit Dachgarten. Echt jetzt? Das ist doch noch kein Hochhaus. Das ist doch maximal... Ja, ich würde doch noch ein paar Stöcke draufsetzen. Also zumindest zwei noch. Ja, aber dann musst du ne Kiste machen. Wollen wir jetzt nicht aus Holz bauen oder so? Darf ich die auf dem Holz bauen? Musst du in jeden Stockwerk ne Kiste setzen, damit du einen warmen Sand hast. Wir könnten aus Holz bauen. Könnten wir machen. Wollen wir das Holz? Das musst du noch halten. Geht auf jeden Fall schneller. Hält hoch. Zur Not kann man ja dann später zwar teurer, aber aufwerten. Dann setze ich jetzt an die Außenkante. Setze ich jetzt... Hast du noch irgendwo Beton angesetzt? Im Keller? Bei dir im Haus oder so? Ja. Manchmal hab ich das Gefühl, wird's mich ärgern. Irgendwann, das hab ich ausgeräumt. Irgendwann hab ich das Gefühl so... Die sind... Alter, irgendwie hab ich das Gefühl, ich arbeite nicht oder was? Bicken schnell noch. Geh mal raus da. Mach ich falsch. Wat? Hier. Hier. Müsste was drin sein. Hat Mike falsch. Hier ist Zement. Mann, hier läuft er jetzt. Acht... Ach, fast tausend... Zement durch. Du hast ja gesagt, du hast noch 200 Einstecken gehabt, oder? Die hab ich schon verbastelt oben. Aha. Ja. Bin hängen geblieben am Sauen. Ja, das haut nicht jedermanns Sache. Jemen gefährlich. Also bauen wir jetzt das Holz weiter, oder was? Ja, komm. Dann bauen wir das Holz weiter. Und ich meine, wenn wir dann wirklich noch zu viel Material haben, oder was, können wir das ja immer noch aufwerten in... Gut, dann mach ich jetzt noch einen Außenkranz, wo man sich draufstellen kann. Ja. Hier sind noch 190. Ich hab jetzt noch 194 Concretemix. Nein, das ist alles aufgewertet. Aufgewertet. Aber vielleicht brauchen wir noch einen Grenzzaun. Niemand hat vorher eine Mauer zu bauen. Nein, das ist ja... Achso. Ich glaub, das liegt an Benzin. Das ist einfach viel zu schnell weg. Damit sollte man nicht heizen. Warum heizen wir mit Benzin? Benzin! Oder Kohle ohne Ende? Shit. Kohle ohne Ende haben wir doch. Ja, brauchen wir aber eigentlich noch für... Ja. Tag 42, ne? Ja, morgen ist es soweit. Wird nicht mehr diese Aufgabe-Session sein, aber... Ahnung bei der Envil jetzt. Du hast genau in den falschen Envil drin gemacht, aber... Nein, links war einer drin. Und ich hab ihn rechts reingemacht. Ich... Nein. Okay, jetzt stimmt. Ich hasse nicht. Stimmt. Moment. Nein. Du kannst übrigens mal eine neue Spitzhacke machen. Meine ist gleich am Arsch. Schau mich mal an. Das könnte dauern. Er lockt dich erst in eine Falle. Guckt, ob sie überlebt. Ich hab sie hier. Komm. Äh... Du kommst vorbei. In meiner Hütte. In dem Pool liegt sie. Da hab ich eine Kiste versteckt. Äh... So, und du hast jetzt gesagt, in dem zweiten, wo wir diesen Absatz haben, einen Rahmen noch aus diesen... Hast du das? Siehst du das? Oder? Ja. Guck mal. Du musst drei Quests lösen, bevor du diese Spitzhacke kriegst. Willkommen. Lass uns ein Spiel spielen. Alter, wie viel Stein. Ich... 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 Die Tür nicht so. Ah, ich zeig schon wieder den Clay abgelegt, den ich eigentlich ja brauchte. Guck mal, soll ich hier erinnern mit dem Stein. Oh oh. Ah, dann wird die doch... Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Oh. 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 Äh... Ja. Der Rahmen ist fertig. Wow. Zeig mal. Man kann außen und innen gehen. Oh, mir ist das gefallen. Nein. Er ist tot. Schau mir nochmal an. Komm mal her. Komm mal her. Oh oh. Mir ist... Was war das zuvor? Warte. Tada. Oh, schöne... Oh, schönes Bild. Oh, der Scheibe verstrahlt mich genau an! Ich bin der Batman! Okay. Danke. Woah. айн. Oh kleine Hütte! Mach nicht wieder Experimente mit ihm. Das ist doch gar keine Familie! Geh sofort zu sowu... Nicht doch da lang. Da sterben Sachen. Oh Mann. Oh Mann. Die ist schon tot. Übrigens, guck mal, Minias. Hier ist übrigens die Gruft. Die warst du noch nicht ganz fertig, aber da wird die Gruft. Achtung! Schön. Oh mein Gott. Wieso ist denn hier kalt, Alter? Zieh dir mal mit an. Ich hab nichts am Anziehen. Bei mir ist, wie viel Grad ist mir denn? Bewegt sich halt auch nicht. 22 Grad. Rapid abwärts. Guck mal, meine Müllkiste. Kann auch sein, dass ich ihn verschoben habe, den Mantel. Ich glaube, dass der lila war. Lila. 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 Repair. Ne, sieht nicht so aus, aber ein 431er Mantel. Okay, ich hab was an. Kein Unterschied, okay. Uuuuh. Sieht doch ganz gut aus. Ob sie ihre Dippie-Mietet erlaubt, um ihre Hütte mal zu schießen? Dödig. Nein. Lass irgendwas hier. Oh Gott. Was ist der Arsch passiert? Doch. Naja, in Nüsch passiert ist das unübertrieben. Jetzt kann man bestimmt mit... Die hat dahinter ihre Kisten, gell? Da würde ich aufpassen. Doch. Nein. Nein. Ja, doch. Was machst du denn? Ich will nur was gucken. Meine Fresse. Aber der Zaun ist soweit komplett, oder? Du würdest es so machen, dass du dich im Nachhinein nicht mehr siehst, verstehst du? Du machst quasi wieder ganz, wie du siehst. Du bist heute später. Guck doch. Das ist... Siehst du das nicht? Ich repariere es. Und später erzählt dann, Minas hat... Oh, ist kaputt. So. Die Aufnahmefolge, weiß ich nicht genau, 12.14. Minas warnt. Er hat die mit der Axt 1 abgewertet. Der zieht die niemals. Wie willst du denn Beweis sein, Gebar? Wie? Aufgeschrieben. Du warst über mir, verstehe. Na, dann wird dir wohl ein schlimmer Unfall gleich passieren. Oh, das hat sich gelöst, wie gestern in Rust. Oh, deswegen ist Lauf. Mann, ey. Lockt doch wieder garantiert ungezieferhin. Oh, nein. Der macht das immer wieder, gell? Stimmt mit ihm nicht. Also, um echt zu sagen, habe ich wieder mal eine Ausrede. Und zwar, um ehrlich zu sein, habe ich wieder mal eine Ausrede. Das war ehrlich. Ich bin der Meinung gewesen, dass, äh, dass diese Mine runterfällt. Siehste? Und, äh. Kommen wir vor wie ein Kriegsdokumentator. Außerdem hatte ich eh noch einen offen. Oder zwei so ja von Rust. Ja, 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 natürlich. Okay? Wir sind uns einig, ja? Das war ein schlimmer Unfall und keinem ist irgendwas passiert. Machen wir unter dem Zinkgans. Ach's gut. Ja? Jetzt, wie bauen wir jetzt hier weiter? Jetzt, doch, machen wir doch. Bist du kleiner hier bauen? Nee. Ja, das durch die Sprengung jedes Mal fiel ich ein Stück. Du hast ja schon wieder einen, ach so. Nein, ich bin, das ist genauso, also. Nee. Jetzt bin ich ein kleiner geworden, natürlich. Ja, ja. Einfach, um runter schießen zu können. Guck mal, du brauchst ja eine Flucht. Du könnten, es funktioniert übrigens, dass man hier nochmal, äh, diese, wie heißt die nochmal? Scheiße. Iron Bars. Noch eine Reihe außen ran macht. Mhm. Dann sind wir wieder so breit wie der untere Stock und können nochmal eins hochgehen. Also ich würde gerne noch eins hochgehen, ne? Ja, ja, aber ich würde jetzt aus Holz weitermachen. Ja, das können wir machen. Ich glaube, wir zufälligerweise 98 Frames. Würdest du hier haben? Nee, du setzt. Ich werde auf. Ich muss hier arbeiten, Scheiße. Aber auch mit Dreiecken, wie im unteren. Ah, ah. Hallo? Ich komme mit der Fackel hoch und er läuft runter. Pass auf, so. Und da oben drauf ständig. Ich meine schon, dass er in seinem T-S ist. Ach so. Nur weil er die Location verlässt, bedeutet nicht, dass er dich nicht mehr hört. Oh, jetzt habe ich mir Beine gewonnen. Ich springe jedes Mal runter, jetzt breche ich mir die Beine. Was ist denn das? Naja, irgendwann gibt jeder Knochen nach. Gerade im Alter, Minjas. Minjas. Mehr Calcium. Wir machen ja, äh, Doppelausgang, ne? So war er eigentlich immer. Hm. Was er ja nicht macht, ne? Nee, ganz, im, im Merkschuss nicht. Merkschuss ist die eine Seite. Jetzt hier auch kälter. Und hier ist... Ja. Das kalte Jack ist ja dabei. Gott, Alter. Hup. Hast du auch Dreiecke für die Schießscharten? Nee, nee, eigentlich. Ich bin jetzt nur... Hab jetzt... Mach auch Dreiecke, du Arsch. Ist ja gut, Alter. Ähm, was wollte ich da drüben? Was wollte ich da drüben? Ich wollte Holz holen, siehst du? Jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte Holz holen. Komm, wir können in Serien-Dippetis-Hütte gucken. Oh, da ist eine Granate reingefallen. Hm. Düm, düm, düm. Halleluja. Okay. Piep, piep, piep. Wie viel... Wie viel gefallen? Ah. Okay. Drei, drei. Wie viel Minen hast du denn? Nählich, ey. Ja, sagen wir mal so. Ich hab noch 115. Genug. Und 175 waren es voll. Jetzt sind Zucker. Daumen, Flächengen. Flächengen. Nicht hinfallen jetzt. Ja, dass die keinen Flächenschaden machen, ist schon besser, ne? Essentiell. Ach so, ist nur der Minas gestorben, nicht das Haus. Gott sei Dank. Ich hab nur ein leichtes Kratzer davon geschlagen. Geschlagen. Getragen. Sehr gut. Wie viel warm bei The Fire. Echt es? Äh, hier unten. You have a warm feeling in the fire. In your fire. 511 sind wir drin. Ja. Ist du fertig schon hier, oder wie? Geh noch mehr. Was ist fertig? Das war ja nicht. Ähm, Angriff. Ist jemand gestorben? Klarie. Zombies. Niemand? Zombies. Echt? Also vielleicht, wenn wir euch nehmen, das mit den, mit den Dreiecken. Zombiespiel? Was nimmst du? Ich übernehme das jetzt mit den Dreiecken. Ja, mach das mal. An. Hüpf. Tatsache. In der Tat. Wir haben noch ein paar River Frames, ne? Fliegenleichen. Kardaver. Ich probiere mal eine Kiste drin zu etablieren. Bäumungstrupp. Willst du die Fenster 2 hoch haben? Oder 1 hoch? Auch wieder 1 hoch. Gut. Ich meine, du kannst ja auch selber eine eigene Entscheidung treffen, wenn du lustig spinnst. Büsst. 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 Ich wollte das gerne machen. Was war das hier? Dein Grab, oder? Ne, das ist das Grab vom Muppet. Oder es wird es. Ich bin nur noch nicht ganz fertig. Ich wollte jetzt hier nochmal machen. Wie heißt das Ding? Äh, Doppler Beach. Noch mal 2 machen. 2. Fuck, warum geht's nicht? Hast du jetzt die ganzen Wood Frames mitgenommen? Wood Frames sind in meiner Tasche. Das ist absolut korrekt. Warte, komm gleich. Nicht 200. Oh Gott, das will nein. Wo wir bist denn jetzt? Schon gut, ich bin oben. Ich hab meine eigene Wood Frames. Ich hab hier noch. Hier, nimm mal bitte. Ja. Ein bisschen mehr Inventar. Das war Alkohol. Nicht gut. So. Ich irgendwie rot und Fleisch. Ja, ich hab was vergraben. So, dann. So, Kiste. Kiste, Recipes. Gleich mal Zweger. Dann. Drinnen wollen wir ohne Kiste. Na, komm noch, Tommy. Komm noch. So, feige Sau. Oh, er kommt wirklich. Verdammt, hilf mir. Ach, auf den Boden. Du Arsch, du bist da einfach rüber. Oh shit, ich hab nicht genügend Holz mitgenommen. Ich bin noch ein Idiot. Mach's hier hin da unten. Wie haben wir ihn getötet? Ah, hier fehlt schon. Ah. Du klemmere Stück. Ja, oh. Was hier passiert? Sind die Menschen in den Storm? Muss man einen Rundgang machen hier. Hier, nee. Was, wir haben 125 Pillen? Kann sein. Das darf keiner wissen, sei still. Das ist unser Geschäftsgeheimnis. Wir hatten 125 Pillen. Die jetzt nicht mehr da sind. Mann, Mann, Mann. So, Supply. Oh, nicht schlecht. Ach so, ich wollte mir ja mal Dings machen, ne? Warum nicht? Eine. Geht noch. Chaplin. Eine. Geht noch. Geht noch rein. Aber gar keinen Stoff mehr? Ich habe eben gerade 125 Pillen. Also, nicht zu hören. Entschuldigung. Ach, ich bin jetzt so warm hier. Nein. Es ist jetzt in der vierten Folge eine Aufnahmesession. Ich habe das Gefühl, ich hätte geduscht. Unfreiwillig. In eigenem Saft. Nein. Ach. Ich habe noch Stoff einstecken. Alles klar. Moin, Willi, bitte. Geht noch rein. Geht noch rein. Geht noch. Zu den Scheinwerfer versetzt? Ah, geht noch rein. Gott, deswegen. Der Typ ist so fertig. Nice. Er hat schon wieder ein Sandwich gegessen. Hm? Von mir. Old Sandwich. Er konnte jetzt die Pistole reparieren eigentlich von euch jemand? Ecke. Du? Ja. Machst du das auch? Du kannst doch, wenn du Pistolenrezept hast, kannst du doch auch. Ich bin doch der Fixer von euch. Ich bin doch der Level 3 Fixer. Du bist Level 3 Fixer. Stimmt. Ab in den Fixer. Level 0. Hm. Das ist nicht genug. Das ist, äh... Und ich habe auch die Pistolenrezept gelernt, also ich kann sie reparieren. Ausgezeichnet. Wo bist du denn, mein Freund? Hat Minjas wieder eine, ähm... Aufgabe. Daseinsbereiche. Achso. Der nächste bei 60. Im Gemeinschaftsraum. Shit, shit, shit. So, und dann holen wir das Moped und dann passen wir das da ein und dann... Hier sterben Sachen. Hat das auch ein Grab. Nein, es bricht zusammen. Ach, fuck. Ich dachte, es hält. Fuck. Oh, hier... Wir starben vom Himmel. Das ist richtig. Nur vom Himmel, die Sachen. Eigentlich brauchen wir auch noch eine Rezeption und so, ne? Also wir müssen hier schon noch ein bisschen... Jetzt übertreib. ...einrichten, wollte ich sagen. Also noch ein Serentipp. Preacher. Was? Serentipp. Einmal zum Prime. Preacher. Preacher. Ja. Preacher ist gut? Ja. Preacher ist gut. Mhm. Mhm. Aber wir setzen es mit Lucifer hatten. Ah, ja. Mhm, mhm. Ja, ja. Ich bin doch ein Idiot. Ich will den Hammer wehnen. Nehmen. Das ist eigentlich so. Weil ich die mir enthalten. Oh, danke. Wieso hält denn das nicht? Das geht nicht von der Höhe. Das bricht zusammen. Da mal. Guck mal, das bricht zusammen, obwohl es Stabilität eigentlich haben müsste. Man kann hier nicht mehr mit Holz bauen. Warte mal. Wo denn? Da oben bricht es zusammen? Ja. Guck mal, ich zeige. Zeige. Okay. Okay, warte. So. Guck mal. Aufwerten. Siehst du? Äh. Krass. Das verstehe ich nicht, weil es noch aufliegt. Auch nicht. Kannst du mal nochmal abbauen? Mhm. Lass uns immer mal kurz mit Riverframes probieren. Gibt es eine Begrenzung nach oben? Ne. Wow. Auch die Riverframes brechen zusammen. Na, wir dürfen mal hier noch. Ich hätte gerne eine Erklärung, meine Damen und Herren. Jetzt. Ja. Gleich kriegen wir ja, wenn die Folge läuft, haben wir wahrscheinlich schon wieder aufgenommen. Aber wir lassen uns an dieser Stelle so. Als Mahnmal. Schande. 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 Ich habe nochmal was Schöner gebaut. Schande. Ich habe noch einen Wooden-Desk dabei. Instabil ist hell. Für die Rezeption. So. Ja. Gut. Dann. Wo dann? Bis zum nächsten Mal. Ich weiß es nicht. Wenn es euch gefallen hat, dieses Chaos-Bauprojekt par excellence, würden wir uns über Daumen und Robin freuen. Sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir den Minibug beerdigen. Schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Und dich im Zuckerausschneider. Ja, natürlich. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.